Fränkel frottet. Heute. Let's play Prototype 2. Also, hinein in die Mission. I'm glad you know how to set up a secure perimeter. Yeah, I read an article on Cosmo. Dana, I have to ask you something. And I know it's out of left field, but listen, you have to stay safe. Because if I'm gone, I need you to take care of Maya. What? James, I would never know where to begin to... I don't even know... There's no one else. I've got no one else. Thank you. Okay, I'm on my way to Rooks. Find out where Dr. Carson, son of a bitch, has Maya locked up. Okay, you thought about how you're gonna ask him? No more asking. Rooks' number is up. Alright, I'm sending you his coordinates. Yo! Weiter geht's... ...durch die Straße von New York, die ziemlich versifft sind. Und angeschleimt. So, jetzt geht's wohl endlich dem Rooks an den Kragen. Falls ich jemals dort ankomme. Aber weit kann's ja eigentlich nicht mehr sein, ne? Ah! Das ist nicht nett, Herr Heller! Ja! 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 Das ist gut. Und wie ist meine kleine Frau? Ich weiß nicht. Es gibt viele Variabler. Einmal sechs Monate. Ich weiß. Ich liebe dich auch. Ich weiß nicht, Herr Heller. Ich habe auch eine Idee. Kannst du einen Dr. Trey Carson finden? Karsson arbeitet für eine spezielle Bioweapons-Division aus Quantico. Wo geht's mit dem? Wenn wir die Heller finden, dann hat er seine Nutzung in eine Weiss, richtig? Ich habe jemanden in Rattler 2 gesprochen, über einen Dr. Karsson. Ich glaube, er ist mit Griffith. Also, was? Du gehst auf Karsson? Du hast überhaupt keine Ahnung, was diese Spooks der Regierung tun kann? Wie schlechtest du, Heller? Ich werde dir wissen, was ich schlafen. Hey, es ist ich. Ist Rooks? Habt ihr, was du brauchst? Ich habe die Intelligenz, ja. Karsson ist an einem schwarzen Wettbewerb, nicht weit von hier. Ich gehe nach ihm jetzt. Okay, gute Glückwunsch. Und bemerkbar. So, Dr. Karsson, wo sind Sie denn bitte? Dr. Karsson, bist du noch bereit, zu gehen? Ja. Ja, ich bin fast bereit, zu gehen. Ich habe nur das letzte von meinen Dingen gesammelt. Ich bin fast bereit. Keinen Alarm auslösen, das mag ich ja immer gar nicht. Da bin ich zu doof für. Ich meine, wenn ich den jetzt absorbiere, das wird eh nicht funktionieren, weil er wieder von 5000 Leuten beobachtet wird. Hoppsala. Entschuldigung. Was ist das? Ein Erdbewerb? Perimeter-Teams. Identifizieren die Grundlage der Erdbewerb. Was ist da draußen passiert? Bleib mal da, du blöder Penner! Karsson. 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 Wird beobachtet, leider. Warum haben wir die Sicherheitssysteme nicht gewonnen? Der rennt hier rum und lässt sich nicht von mir fangen. So. Und jetzt? Hä? Ich dachte, das ist das. Ich dachte, ich hätte den schon... War das der gar nicht, oder was? Bin ich jetzt total bescheuert? Ach, das war der für die Tür nur. Ich verstehe. Das ist er doch. Auf dem Tablett. Serviert. Wir wissen nicht, wie wertvoll sie ist. So, wir öffnen sie her. Gut. Wo komme ich jetzt hier raus, verflucht? Roger. Komm, komm. Roger das. Wir hoffen, dass jemand unsere wussigen A$$$ von was, was da draußen passiert ist. Äh, genau. Over and out. It's over now. It's over now. Ihr habt so recht. It's over now. It's over now. Lalala. Ganz unauffällig, verlassen wir das Labor. Oh. Keinen Schaden durch den Goliath. Ich glaube, ihr spinnt. Okay. Zum Start ein kleiner Devastator vielleicht. Das hat ihn jetzt nicht so sehr viel gejuckt, wie ich mir das erhofft hätte. Okay. Okay, noch ein Devastator. Ach, Mist. Na gut, jetzt habe ich es schon verschissen. Jetzt habe ich da irgendwie... Naja. Egal. Dann mach mal ihn halt so platt. Dann pfeife ich halt mal auf die... auf die Dingsbums. Ich stehe nach wie vor auf die Ranken. Hui. Jetzt müssen wir uns erstmal hier verkrümeln. Oah. Komm. Burschi. So wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. Goliath. Goliath. Oh Goliath. Ich brauche Lebensenergie und... Saft für die Macht. Okay. 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 Jetzt kriegt das den nächsten verpasst. Und zwar ordentlich. Ja, das wäre schon zu schaffen gewesen ohne Verletzung. Aber ich habe ja wieder gepennt. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weit genug weg, ja? Blödes Geschütz. Du kannst mich mal... Blödes Geschütz. Du kannst mich mal... Aua. Jetzt hat er aber doch nur eine verpasst hier. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So, Kind. Kriegst du die nächste? Spitte! Verpasst hier! Bitteschön! So, komm her zu mir. Nahrungsmittel. Wo ist er denn? Da hinten hat er sich verkrümelt. War das schlau hier, so in der Luft? Ich glaube nicht. Naja. Oh Gott. Nix wie weg hier. Der wird ganz schön stinkig auf Dauer. Okay, diese Angriffe kratzen überhaupt nicht. Aber der hier tut ihm weh. So, das war's dann wohl, oder? So gut wie. Zappelt noch. War dann jetzt plötzlich die Lebensenergie wieder hergehabt, der Arsch. Okay. Muss man ihm also noch eine einschenken. Eine größere. Bitte schön, der Herr. Eiskalt serviert. Und jetzt, gute Nacht. So. Gut, die sollen jetzt auch noch erledigt werden. Und das sollte noch eine der leichteren Übungen sein. Weil die haben ja hier überhaupt keinen Plan. Den hätte ich auch gern wegen des Bizeps-Symbols absorbiert. Wenn das bitte geht. Da ist er. Habe ich ihn? Habe ich ihn? War da das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ich glaube schon. Ah ne, war da nicht. Okay, dann muss ich mir jetzt den hier auch noch schnappen. Aua. Jetzt ist er reif. Schmatz-Splatter. Ach so. Ja. Ja.